Das war jetzt echt unnötig von dir, ich schwör auf alles. Hä, was denn? Tu nicht so. Was hast du schon wieder für ein Anfang? Willst du jetzt in jedem Anfang einen schlechten Anfang darstellen? Wie oder so oder was oder wo? Uga Dugu. Uga Dugu? Ja, Uga Bugu. Du hast das schon alles. Erst wenn du neue Charaktere freispielst, kriegst du hier. Hm, ja, okay. Willst du deine Gegner? Ach, Lissab, man. Willst du mich verarschen? Ja, Lissab. Ich muss ihn eigentlich auch trainieren. Jetzt werde ich dich löser, komm her. Hey, sorry, ich habe Neuigkeiten für dich. Was ist los? Schon mal was von Spezialangriffen gehört? Wenn du die, äh, GP, äh, hast, drücke LR, ja, und berühmere Spezialangriffen. Oder gib den, äh, ja, okay. Wir können also dann schon mal, ne, ne, vorbei. Dann probieren wir es mal. Ich hab's gebraten, Panda, Angriff. Uga Dugu. Uga Dugu. Uga Dugu. Ist nicht dieses Level, wo irgendwie Achtermann kommt? Mhm. Du feiger Hund, komm her. Du feiger Bastard. Dummer Kopf. Weg mit dir, Chilischote. Ey, das Moom ist irgendwie merkwürdig, aber egal. Nein, das Moom ist cool. Ich sollte lieber noch zum Shop gehen. Okay. Wurf getroffen. Mhm. Du weißt ja, ne? Warte. Warte. Das Moom ist irgendwie anders, aber wenn nix hilft, dann muss ich so machen. Hier gibt's ja keine Verbindung dahin. Mhm. Okay. Okay, hol die meisten K.O.s. Ja, hier sieht leicht. Oh, auf jeden Fall. Hallo. Ah, okay. Willst du nicht kämpfen? Sieh, wie groß ihr Riesenrad ist. Doch, auf da. Joho. Spaß nachmachen. Amüsionians. Du auch. Also muss ich mit... Oh, mit Shopper. Warte mal. Kleines Plüsch dir. Greif an. Los. Zeig deine Macht. Ich spüre die Forst eines Neandertalers. Neandertalers. Dummer Fettkopf. Ah. Ey, das ist so stumpf, die Attacken von ihm. Ich weiß auch andere Attacken machen. Scheiße. Ihr wollt mich Pilz treffen. Das kann auch mal schon nicht sein. Komm da her, komm her. Scheiße, ich brenne. Rind, ihr brennt. Hör auf. Ich will nicht, dass du das machst. Hat er das Reißbärchen jetzt genommen, da und? Hm, ich weiß nicht. Hab ich gewonnen? 2 Punkte hast du. Ach so, ja, okay. Ach so, das geht so lange, bis ich ihn hochkomme. Halt ein bisschen Zeit für dich. Gut, so, brenne, du Hund. Er kann keine anderen Attacken, ich echt? Guck mal, er kann keinen anderen Attacken. Er kann nur dieser Neandertalangriff hier. Dann springen oben rechts. Guck hier. Guck mal, oben rechts. Guck mal, oben rechts. Guck mal, oben rechts. Wenn ich das machen, kommt das da. Scheiße, ich wollte mich mit Spielzartig... Und so. Du hast die zwei Punkte nicht bekommen. Warum nicht? Weil ich nicht besiegt das. Also selber jetzt umbringen, dann krieg ich auch nicht die zwei Punkte. Scheiße, ich habe zu wenig Leben. Ich brauche Leben. Du bringst es ja nun. Wieso? Dann kriege ich die Punkte dafür. Ich mach einfach so. Er soll das nicht bekommen. Scheiße, du Hund! Eherter Blitz. Ein Punkt weniger. Blitzruf, er kommt. Nein, du musst auch gehen. Nein. Achso, okay, wenigstens das geschafft. Hab ich jetzt Shopper? Nein. Wieso nicht? Ich hab ja... Überlebigen Kampf. Das ist schwer, das weißt du. Achso, man kann ja auch gewinnen. Ja, würde ich nicht. Ich weiß. Soll ich mir das auch mal machen? Ich weiß. Ich hol die Hilfe. Wenn du Urlaub machen könntest, wohin würdest du gehen? Ein Riesenbär, wir sollten fliehen. Leute, versucht hier lebend rauszukommen. Also die ganze Zeit abbauen? War das nicht irgendwas mit dem, wie viel Leben ich verliere? Das ist nicht diese Mission. Nein, aber war das nicht irgendwas mit Leben oder so? Du hast einfach noch nicht verliere, mehr nichts. Ah, da gab es noch andere Fraueraussetzungen, die ich machen kann. Ja, aber willst du es machen? Eigentlich nicht. Du kannst das ja abholen, um so viel Leben haben, wie du willst. Also, du schaffst viel Leben zu haben, bevor die Zeit um ist, dann hast du die Mission halt geschafft. Und die Käse will ich immer holen, da sind immer gut die Sachen, die jetzt nicht zufrieden ist. Wo ist der Hund? Ich habe lange verdammt. Ist er ein Vollidiot oder was ist los mit ihm? Hau. Ey, das will ich jetzt haben. Guck, hast du gesehen? Ihr habt ihn gar nicht getroffen. Du Hund! Ihr habt ihn getroffen. Hol mir jetzt Frankie dazu. Okay, jetzt kann ich Ihnen nicht mehr helfen. Ah, gut so. Ich kann gut es jetzt kommen. Nimm das. Nein, das ist nicht. Okay, es geht weiter, es geht weiter. Das hängt nicht, ne? Okay, es hängt nicht. Das sehen die nicht, ne? Nein, das sehen die nicht. Wartet kurz. Weiter geht's. Wir müssen kurz hier was machen, nur. Dich jetzt kalt zu ermachten, wäre Witze was. Guck, Alter, hast du bescheuert. Ich wusste es doch. Das Letzte ist, wir müssen ihn immer besiegen. Da musst du aber richtig viel leveln. Da musst du richtig viel leveln. Besiege deinen Gegner. Bosskampf. Ah, du kriegst die Sorte. Ja, natürlich. Ich weiß, ob du winnst. Ja, er fahrt drauf. Und lässt auch level 10. Achso, hey Glückwunsch, das war eine lange Reise. Aber sie endet hier. Stroh, tu war viel. Tempo gleich, maß der schon hat Lichtgeschwindig getreten geworden. Denkst du, ich würde dich unterliegen? Ich zeige es dir. Entspann dich, ruhe dich etwas aus. Ähm, also soll ich gewinnen oder soll ich einfach abholen? Ach, du Scheiße, Mann. Wo ist das Schwanzkopf? Hallo? Ja, oben. Bin doch nach oben. Jetzt ist es denn. Hör auf! Hör auf! Verprügel mich nicht! Hör einfach, guck mal her. Ey, Linda, Bastard Hund. Ich habe eine Schock... Sentumaru! Hast du mich verarscht? Hast du gesehen? Dankeschön, Musti. Warte. Da werde ich nicht getroffen. Warte. Nein, greife nicht lang. Ich habe... Okay, jetzt, jetzt. Achso. Hat es ihn getroffen? Nein. Hör auf, hau auf. Du bist tot. Ach, Glück gehabt, Mann. Äh, wenn du nur wirst, wie du den Spazette einsetzt kannst. Du und? Also nach Gefäßen, nicht nach Kisten. Okay, nein, besiegen, besiegen, besiegen. Ja, genau so. Geschafft, du Wichser. Hat er gesagt, ich schaffe es noch. Gegen kann er heute für euch da gelössend sein. Ich habe zu viel Potenzial, das ist unheimlich. Achso. Da muss ich mehr, ein bisschen mehr Level haben. Äh, so. Oder? Ja, kannst du noch. Ja, so dann. Weißt du, dass du den Spazette einsetzen kannst? Ach, deshalb haben wir vergessen nachzugucken. Irgendwo. Ich glaube, ich... Hier... Warte, hier ist Kizaru. Hm, ich hau jetzt ab, verstanden. Also hier kannst du, glaube ich, im LR so um... Ja, ich glaube, das sind die. Ich glaube, das sind die, ja. Oh, so. Ich müsste nicht gucken. Kurs wählen. So weit sind die auch bei... So weit sind die bei Part 5 gekommen. Ach ja? Ich schwöre auf alle, so weit sind die gekommen bei Part 5. Ja, vielleicht war du immer 10 Minuten aufgenommen. Nein, das waren länger, 20 Minuten. Aber das war immer zu schnell, bevor wir lange gebraucht haben. Wie siege dein Gegner? Anführer Sanji. Danke für die Hilfe. Heißt, dass du wirst mir deinen Familienschmuck... Ach. Ey, das... Diese Stelle bei One Piece war sowieso pervers. Was redest du? Der Piraten-Grandpix macht mir etwas Angst, aber ich gebe alles. Ah, ich meine, wird hier nie langweilig. Toll, wir werden echt alles geben. Moment, warum sind nur Jungs bei mir? Ich will tauschen. Ja, ich will auch mit den Feindladys kämpfen. Man kommt runter, Männer. Für Familienschmuck ist klar. Leute, ihr wisst, was ich meine bei One Piece. Was bei der, ähm... Amazon-Insel passiert ist da. Diese perverse Stelle da. Das kann man gleich als Hentai bezeichnen. Okay, was... Ey, ich schwöre auf alles. Der ist aber nicht gesehen. Ey, die sagen, was das so elastisch ist. Da hat so ein Pilz da unten im Bein und zwischen die Beinen. Ey, Mann, das war so zweideutig. Das sind so ein Pilz. Habt ihr noch nie... Ja, die haben auch nie einen Schwanz gesehen, aber trotzdem. Du Schwanz! Kannst mal drücken. Also, Spor zu... Hey, warum ist das so? Was ist das? Dreh um, ja. Okay. Wenn die schon unterbrochen. Okay, den habe ich. Okay, ja, Mann. Nur einen Strich. Nur ein kleiner Pick. Und du bist... Und du weißt nicht. Ich glaube, das ist Fanchi der Rechte. Oder Chopper. Ja, ich glaube, ihr ist Fanchi. Ich bin Fanchi der größte Koch der Meere. Wenn du Hunger hast, bin ich dein Mann. Ich mag ihn sowieso, Fanchi am meisten. Der... Seine dritte ist sowieso herrlich. Ich komme jetzt noch nicht im Shop. Ach ja. Ach so, Fanchi mit Kizaru, oder? Nee, kannst du machen. Wäre am leichtesten. Aber wie war die Verteilung? Wie war die Verteilung? Wie konnte man das wieder? Da oder da. Probier jetzt schon mal aus, ob es gibt. Das ist das, oder? Nee, das ist greifen. Ja, versuch mal. Na, halb mal es gedrückt. Hab mal es gedrückt. Am ersten Mal. Nein. Ach so. Das ist C. Das ist C. C? Du musst es gleich einstellen, ey. Ich weiß. Mach Pause, mach Pause. Lass es nicht eigentlich schnell. Das ist besser. Das ist besser. Das ist besser. Warte, warte. Sie kommt das in die ganze Zeit an. Mist. Ich hab's geschafft. Viel Glück gehabt. Ja, mach jetzt Pause. Stell's dir mal ehrlich. Das ist irritiert nicht so. Bc außerdem. Oh mein Gott. Ich hab noch einen bekommen. Ja, du kriegst bei einem Stamm gegen einmal drei. Also, du bist so. Oder auch, ey, das mach ich jetzt nochmal. Ich weiß jetzt, wie das funktioniert. Kannst du angriffen, nicht drücken, drücken, drücken. Das stellst du mal ein. Nein, nein. Warum? Ich hab ja, ich hab keine Zeit, ich nimm doch jetzt auf. Was willst du? Du meinst kurz starb. Und das stellst du mal ein. Nein, dann wird es asynchron. Hast du vergessen? Na, ich hab kein Bock auf asynchron. Weil der Postleger hat auch mal Pause gemacht. So lange und da ist es wirklich Asikon. Ich hab ja da was anderes hier gemacht. Aha. Oh, komm jetzt. Die eine ist, ja, 4, 8, 12, 16, glaub ich. Oh. 15. Und bei der anderen dann wahrscheinlich 20. Oh, okay. Sag ich das nochmal? Du kannst jetzt folgende Figur als Mietstreiter auswählen. Hä? Modus aus. Achso. Hier kann Brooke auswählen, okay. Okay. Das ist doch toll. Ähm, willst du das mal versuchen? Geh mal rechts. Klipp mal drauf. Machen wir das. Oder, weiß nicht. Ah, nein. Ja, doch, mach das. Mach das. Nochmal? Ja, nimm, nimm. Ach, ja, stimmt. Jetzt hab ich ja. Und versucht nicht, die Hälfte zu verlieren. Okay, also weniger so. Oh, ja, Bro, kann ich mir ja auch rausleihen. Das ist keine Perücke. Ich bin so aufgeregt. Los geht's. Ich bin ein Monster aus dem Weg. Er ist gleich ein Anime als Gericht. Ich bin kein Monster. Jetzt aber ich bin ein Monster. Ich war machten. So ein Schwachmat. Was willst du, du Rentier? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ey, ich hab hier jetzt schon reingekackt. Ja. Ja. Da dauert mir doch ein Kombi, äh, Bingo-Verteidigung hier. Weißer, mein Bingo-Verteidigung, der Maximal-GP. Ey, ich mach's nochmal. Hat gerade niemand geklopft? Okay, Level 7 jetzt. Mach Angriff, damit du gleich gleich hast. Okay, jetzt nochmal. Naja, es sei denn, du hast gerade wieder welche Umfälle. Kommt es zu einer hitzigen Kampagne? Soll ich mal gucken? Musst du nicht machen, das ist nur um Geld zu bekommen, ob er war. So. Guck mal hin, wenn du willst. Warte gleich, gleich. Ich will erstmal diese Sache hier fertig bekommen. Warte mal. Nur einen. Würde ich nicht nehmen. Okay, jetzt los geht's. Überspringen, das muss ich so nicht sehen. Ja. Überspringen. Ey, ich darf jetzt nicht mehr ver... Ey, ihr verdammten... Okay, reingekarkt. Abbrechen. Verdammte Scheiße nochmal. Egal, ich mach's später, wenn ich höherer Level bin. Webshopper 3... Ich weiß, es ging mit S, ne? Was du doch hier so musst. Muss man ja nicht ihn treffen? Mit Schlagen oder so? Nein, du musst nur halt... Fangen wir nach Werfen. Achso, okay. Achso, ja, okay. Ich weiß nicht wieder. Hä? Hä? Mit A, oder? Achso, ja, A. Ja, ich hab mit S. Komm her. Du Schwanz aller Schwänze. Hab ich dich jetzt noch? Komm doch. Oh, geschafft. Glück gehabt, verdammt. Ich bin für Glück, ne? Zu viel. Ich bin ein Rind, ja, aber ich bin ein... Guck mal, ich bin ein Rind, ja, aber ich bin auch ein... Mann. So muss man das sagen. Doch. Besiege deinen Gegner. Sanjis Kampfgrad wächst weiter. Ich muss Level 8 sein. Empfehlung. Wird er das schaffen? Stimmt. Versuchen wir es. Stimmt. Von Schönlings umbringen. Oh, mir geht es gut. Wir zählen auf dich. Schön Mädchen, ist klar. Guck die Fette hinter dir an. Tata, ab dafür. Keine Sorge, ihr belastet das mir. Sind Männer immer so unvernünftig? Ich gebe alles, was ich habe. Fette. Egal. Warte, hat er jetzt dieses Angriffsverstärkungsding? Komm her. Wo bist du? Ey, der ist doch ein Dummkopf. Ich bin nicht dumm. Ey, ich musste echt... Egal, ich sag dazu nichts, das ist ein Dummkopf. Gut, wir sind im geheimen Weg freigestattet. Hast du gesehen, wie ich gekämpft habe? Ich musste fast nichts machen. Mach, mach L.P. Nimm mir dem die Wand, warte mir deine Taten. Mach mich zu deiner, einen Teil in deiner Crew. Die würde ich nehmen. Ach ja, was kann die wieder? Mit den Händen sozusagen fest sind. Okay, wir machen den nächsten Part weiter. Okay, wir machen den nächsten Part weiter.